Du, du, du so gemein. Nee. Ich bin die Nettigkeit in Person. Ich mein, ja. Ja, ja. Ja. Nettigkeit in Person. Ich hab dich zum Spielleiter ernannt. Ach du Scheiße. Ich mein, okay, okay, okay. Spiel, privates Match, erstellen. Ich geh mal von, erstmal von dem Blechfußball aus. Standard, zufällige Arena, DFB, National, Champion, General. Irgendwelche extra Wünsche? Nein? Champion? Nee. Ah, Strand. Können wir später machen. Erstmal einspielen. Okay. Und dann den großen Ball. Keine Puts. Oh Gott. Oh ja, das wär mal wieder was, ne? Also hier nur Party. Den großen? Einfach Quatsch machen. Einfach irgendwas einstellen. Random. Okay. Oh Gott. Komplett random dann. Oh ja, damit alle nicht spielen können und umso lustiger wird es und... Ach, das ist ein Goodie. Ja, solange es kein Viereckiger Ball ist, kann ich spielen. Also da hab ich nichts dagegen. Okay, Viereckiger Ball, das ist klar. Ein Puck wäre natürlich noch besser. Ja. Ach nein, bitte nicht. Puckli Puck? Puck mag ich gar nicht. Automatisch? Nein, Schneefrech hätte ich's fast auf die Augen geschmacht. Moment, hat Fluka jetzt so Puck gesagt oder Puppen? Ich hab mehr so... Ich hab mehr Puppen verstanden. Ey, Puppe. Puh. Oho. Hm. Das Krisseln von Fluka. Man hat's vermisst. Ich hör's sogar selber noch. Das ist gruselig. Bin ich mal nicht am Krisseln, das ist ja cool. Ja. Ja, das hat jetzt Fluka übernommen. Oh. Das klingt ja wie ein Lagerfeuer. Eben hat er sich so angehört wie die Lava von Super Mario. Ja, oder von Asteroids. Ich hätte jetzt Asteroids gedacht, wenn du da was zerstörst. Ja, ja, oh. Abends. Ich hab's immer abends gespielt, sorry. Gab's da nicht mal so ein Rennspiel auf dem NES? Da wollen du, wenn die Zeit so abgelaufen ist, dann kommst du haben, wo immer so ein Kratzlis Geräusch. Ja, das kann auch sein. Ja, ach, das waren noch schöne Zeiten, ne? Das waren noch schöne Zeiten. Ich dachte, der kommt schön da rüber. So? Nee. Da war ich zu weppfunden. Oh, jetzt hab ich ihn ganz klar. Ach, hier haben wir ja Dauerboost. Ist ja geil. Fast. Jetzt hab ich den nach oben noch aufgeschossen. Ich dachte, ich müsste da jetzt hochstarten, aber da kam er schon von oben. Hab ihn, Flughaar, hab ihn, hab ihn. Und der ist drinne. Ja, moin. Yeah. Woohoo, die Menge ist hoch. Oh yeah. Welche Menge, also? So am Strand ist keiner. Ey, was heißt denn hier am Strand ist keiner? Also, wie ist der? Das ist viel zu warm. Ja, guck doch, sie sind nur auf der Bühne. Ja, ja, guck doch, keine Ahnung. Was? Oh, das hat er jetzt aber nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ja, was denn? Ich hab's gar nicht gehört. Ich war auf den Ball konzentriert hier gerade. Er hat's gar nicht gehört, oh Mann. Er hat's gar nicht gehört. Doch, 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 du bist voll vorbei. Ja. Schüttel. Oh. Uh, bitte. Der könnte aber noch gehen, oder? Nee, nee, der geht nicht. Oh, verdammt. Das war fies. Und dann stehst du im Regen. Oh ja, der geht rein. Yeah. Ja, ihr seid ja auch zu dritt. Wollten wir ja gerade mal anmerken hier, ne? Also, das ist ein Ungleich, ne? Und ich hab diese leichten Ruckleich. Da stehen auf jeden Fall immer zwei im Tor. Nee, 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 nee. Oder sogar drei. Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott. Sehr gut. Sehr gut, Maffi. Rein damit. Au. Klappe. Was denn? Au. Mitte. Mitte. Guck mal, wo du hingeschossen hast. Mit deiner Mitte. In die Mitte. Das war voll die großzügige Mitte, aber ja. Musst du mal das Monokel wechseln. Mit deiner. Ja, nee, da standen die schon. Das konnte ich vergessen. Ja. 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 Komm. Ja. Müssen wir die Einstellungen wieder ändern. Alter. Luca. Das Geräusch ist schon, äh. Ich find's schön. Das ist immer so retro. Voll so retro. Ja, genau. Retro. Äh, äh, Rocket League. Hm. Ja, genau. Retro Boost. Ich find ja immer mehr Sachen dazu ein, zu diesem Rauschen. Man muss ja auch Fantasie haben, ne? Ja, bitte, 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 bitte. Da fällt mir auch die Folge von Spon-Spon-Spon-Kopf ein, da wo der Mr. Krabs im Radio diesen einen Song heißt, hört. Beep, 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 boop, beep. Ja. Diesen Roboter-Song. Oh Gott. Mr. Krabs ist ein Roboter. Okay. Ey, also ich fand dies jetzt noch nie ansprechend oder so. Was? 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 Dann hast du nicht geliebt, ey. Ich hab das auch nie geguckt. Dann hast du auch nicht geliebt. Also mal ehrlich, als das rauskam, war ich schon ein bisschen älter, ne? Ja, ich bin Generation DuckTales. Ja, DuckTales und die ganzen Animesien auf RTL. Chip und Chap und so war's. Darkwing Duck, das hab ich alles geguckt. Oh ja, die Retter der Nacht. Selbst ich hab Spon-Spon nicht geguckt. Ja, sei froh. Du bist bei den Teletubbies aufgewachsen. Du bist auch noch dünner Lady. Nochmal. Die verdummen ja Leute und machen sich schwul. Was? Pipi und so. Was? Ja, damals hast du gesagt, deswegen ist sie abgesetzt worden. Weil es Kinder verdummt. Ja, es verdummt wirklich. Weil die nicht vernünftig sprechen und alles. Und Kinder lernen aber nur, indem du normal mit ihnen redest. Deswegen gibt's diese Leute, die auch immer digger und ey und ey und boah, alter und ey. Das ist ja nicht normal, ne? Ne, das ist nicht normal. Ne, das geht ja überhaupt nicht, ne? Ne, das geht überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Wenn die das vorgelebt kriegen, dann leben die das nach. Genauso wie du dich asozial verhältst und verhalten sich die Kinder auch so, weil sie es nur für normal halten. Ne. Und auch diese Problemsprache bei Babys, das machen sie nur, weil sie es vorgesagt kriegen. Ne, Kuckuckaga und so mach beim Kind. Klar, dann machen sie das noch. Mano! Was? So! Oha! Ich wär sowieso nicht an den Ball gekommen, weil da schon wieder zwei am Tor stehen dann. Yeah! Ja, ja, und ich bin ganz vorne. Du hast ja zwei Lack-Tore reingekriegt. Hm, reingekriegt. Das hat was? Jonas, das ist aus deiner Munde? Wir sind Kinder anwesend. Ich bin total bestürzt, dass du hier sowas sagst. Was soll ich jetzt mit meinem Leben umfangen? Miss Pinke könnte mal bereit drücken, sonst hau ich sie. Hab ich doch, hab ich doch. Ja, zuhause nicht. Hab ich wohl. Nein. Spool. 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 Nee! 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 Ja! Kann er nur verlieren. Ein Flucke ist der letzte, weil der so lang zum Laden braucht. Ja. Ja. Merkt man, das ist wie eben halt WLAN, äh, das merkt man eben halt den Unterschied zwischen WLAN und LAN. Ja, und um keinen PC. Ja, und um keinen PC, sondern Switch. Ja, und dann über Handy reden. Ah, ha, ha. Ah, komm schon! Nein! 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 Das gibt's jetzt nicht. Alle drei vorbei. Ja, ja. Oh, shit! Der war zu hoch, Timis. Der war zu hoch, Mensch! Mach ihn doch nicht immer so! Ich wollte ihn auch selbst machen. Ja, und warum? Ich bin da auch nur da! Ah, da kommt der schon wieder geflogen, das gibt's doch nicht. Sorry! Dann hör doch auf! Der Timis wär verfliegen! Oh, scheiße! Du vorbei! Ja. Da stehen natürlich alle drei, und ich weiß natürlich nicht, wie er schießt. Jawoll! Sehr gut! Und Pinky springt noch zur Seite. Entschuldigung. Ich hab's voll havert. Zurück, guck! Ja, was für eine Parade, ey. Alter! Und dann bei so nem schlechten Torschuss. Und dann bei so nem schlechten Torschuss. Das ist aber wirklich nicht gut. War der gar nicht? Hallo? Tor ist Tor. Ne. Deine Tore sind auch hässlich, und? Der haste nix zu erwidern, ne? Das war ein Schenke-Tor. Das war so hässlich. Die Welt geht unter. Wir sind verbunden! Ja! Was? Steckt euch nen Ring an und nehmt euch ein Zimmer. Ne, 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 ne. Hier nix mit Minderjährigen hier. Stimmt. Murphy! Nein! Murphy ist ja noch zu jung. Weg damit! Was zum... Was war das? Pinky, wieso hast du nicht geschossen? Hab ich noch! Äh... Mitte! Der kommt genau runter! Super! Ach, schade. Das Zerstören grade hab ich nicht verstanden. Du bist mir doch in die Seite reingefahren. Wieso bin... Hä? Ich hätte kaputt sein müssen. Ne, du hattest die höhere Geschwindigkeit. Das ist scheißegal. Ne. Oder ich, oder ich? Okay. Erst wenn du übersteuere Geschwindigkeit hast, machst du jemanden kaputt. Ja, aber die Geschwindigkeit trotzdem hätte dich nicht kaputt machen dürfen, weil die Geschwindigkeit nach vorn... Die Kraft wirkte nach vorn, nicht zur Seite. Das ist... Also physikalisch ist das schon mal nicht so gut. Da hat mir einer die Ball abgefangen. Juna mirkte eins. Super ist nicht mal getroffen. Nein! Na ja gerade! Oh, ich dachte grad... Äh... Pinky hat das Team verlassen. Was? Ja, steht im Team. Passiert schon mal. Ja, aber sie spielt mal. Nein, ha... Hab ich doch gar nicht! Ja, das ist dieser Ball. Ja, das ist dieser Ball. Das ist... Ja, das ist wieder so ein Bug. Ist ganz oft so. Zu spät, zu spät, zu spät! Oh, rein damit! Oh! Ja, da stand ja schon. Äh, er stand? Kimmys. Bitte. Das wird jetzt hier wieder echt gut. Entschuldigung, was? Ich hab euch nicht zugehört, was? Ah, ich... Was? Ich achte jetzt gar nicht richtig auf den Ball. Ich fahr hier einfach nur hinterher. Pass schon, ihr seid eh zu dritt und viert. Ja, gut, dass sie mich haben, ne? Ja... Scheiße! Ja, ja, ja! Kommt! Nein! Doch! Ah nee, du warst das! Ich war das gar nicht! Es war er, war das! Ich war das gar nicht! Hm, er war das, mhm! Wo war ich das? Ah, okay! Luka! Ja, da hast du immer mal auf den Post gespielt, indem du gegen die Wand schießt. Ich gar nicht. Hast du schon. Guck mal, wie gerade der kommt! Ha, 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 ha! Ja! Nein! Ausgleich! Ja! Hat den einer noch nachgedrückt? Nein. Da war keiner mehr dran. Ha! Also war ich einfach nur ne Sekunde zu langsam, alles klar. Sagen sie eben aus, als wenn Luka den nachgedrückt hätte, oder so. Ja, wenn jemand ihm von hinten geblockt hätte, hätte er ihn reingeschossen, so wie er kommt. Hallo, Piki! Hallo! Wir haben beide richtig beigetroffen. Ja! Das kann ich gut! Moin, Elin! Ey, ey! Muffy! Was denn? Ja, rein damit! Nein! 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 Yeah! Scheiße! Hä, ich hab die Party verlassen? Was? Blödsinn! Spielt's denn da hier, ha? Jetzt ist es erst ne Party! Nein, jetzt stand da eben schon wieder die Party verlassen, ey! Was wolltet? Nee! Ja! Ja! Oh, ich hab kein Wurst! Ich werd verrückt! Oh, das... Nein! Nein! Ja! Ja! Ich dachte, Miss Pinky fährt raus, ey, noch! Und dann hättest du noch helfen können! Alter! Ich hab's gar nicht! Ich hab's gar nicht! Ich hab's gar nicht! Du hast genau in den beiden jetzt nur springen müssen! Ich hab's gar nicht! Ich hab's gar nicht! Ich hab's gar nicht! oder? Ja. Liebe beginnt da, wo man anfängt zu schreien. Natürlich, wenn man sich ganz doll lieb hat, schreibt man sich ja. Ja. Nein. Ja. Schön. Ich hab mal ein Tor gemacht. Es war nicht sehr gut, aber ich hab ein Tor gemacht. Ich hab ein Tor gemacht. Ich hab ein Tor gemacht. Ja. Was geht mit dir? Oh, scheiße. Ich hab die Biegung vergessen. Oh, aua. Weg da. Wird kein Frühstück gehabt, oder was? Doch. So, jetzt schießen. Nach vorne. Okay. Ich muss jetzt mal wieder landen. Astin! Jawohl. Nützt euch noch nichts. Mitte! Nein, Murphy. Mitte! Nein, Murphy. Nein, Murphy. Sorry, sorry. Das war doch mit Absicht. Du manipulierst uns. Oh Gott. Dir geht's gut, Juna? Gelieb. Immer viermal. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Okay. Ja. Automatisch. Oh. Diesmal wird er auch schon wieder gelesen. Ich bin der Blau. Und er lädt wieder. Bisher ist er auf dem Spielchen gestartet. Ja, ist doch gut. Oh Gott. Okay, Juna? Alles klar. Oh. Eine Rückswärtsfahrerin und eine schlechte Spielerin mit einem WLAN-Spieler. Oh, das ist eine tolle Kombi. Oh, das ist eine tolle Kombi. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wer gewinnt. Wer denn? Ja. Ja, wenn du mich wegrammst. Du bist ja witzig, ey. Murphy. Was denn? Was soll das? Hey. Oh, ich bin in Ruhe. Au. Du herrschst dich. Wir sind doch zu zweit. Das ist fies. Ich muss das. Nichts fies. Doch fies. Ich fühle mich immer die Bälle auf, wenn ich nicht richtig immer dran bin. Ich bleib mal hinten. Sehr gut. Puh. Wieso Blocksween? Äh, 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 äh. Nein! Ach, Mann. Was war... Oh, was für eine Parade, ey. Leute. Oh, Mann. Du bist ein bisschen schneller. Oh, Mann. Das ist unfair. Das ist unfair. Ihr seid zu drinnen. Und ihr macht unsere Hand auch kaputt. Gar nicht. So was würde ich niemals tun. Ja. Nein. Ja. Jona, Jona, ja. Nee, der geht doch nicht durch. Bist du wahnsinnig? Ups. Ja, jetzt aber. Oh, was? Da geht er durch. Der ist doch kein Pass, Mann. Frau. Bitte. Mann. Immer noch. Bitte, 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 hoch, 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 rein, 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 rein. Ah, dann werde ich auch noch blockiert. Los, bitte, flieh, flieh und zieh. Ah, das war mal ein schlechter Flug. Ach, Mann. Meiner war schlecht, doch. Ja, bitte. Äh, ja. Äh, nee. Wörffi? Bitte? Ich mach deine Karosserie K.O. Na, das versuch doch mal. Ja. Oh, ja. Oh, nee. Ah, das hat voll wehgetan. Au. Das war nicht nett. Wow. Oh, ho, ho, ho. Okay, die noch blockiert. Das war leider nötig, Tina, sorry. Miss Pinky. Was denn? Du hast ein Ball blockiert. Hab ich gar nicht. Du hast ein Ball markiert. Wie hast du das gemacht? Angepippert. Äh, wie beim Pokern ihre Karten. Die markiert sie ja auch immer. Das wäre aber was, als wenn die nicht schummelt. Äh! Ja, was denn? Scheiße, du warst auch umgeraten. Ich schummel nie! Aha. Ja. Was schummel ich? Bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit. Oh, Mann! Scheiße, und wir sind alle bei denen im Tor. Ja, das ist gut. Äh, äh, äh. Sorry. Ich dachte, ich krieg... Ja, das ist doch ein Problem, wenn das mal... Ja, los, nach vorne! Das Problem wegen dem Flughaar. Komm schon, komm schon! Oh, Mann! Ja, ja, ja! Ach, Mann! Ach, komm, jetzt freut euch nicht, ihr seid zu dritt. Ich war mir so unsicher, wie ich ihn schießen sollte, weil ich wusste nicht, von wo sie kamen. Ich konnte nicht, äh, gleichzeitig lenken und, äh, freut mich auf. Glück. Ich fahre. Ich bin von hinten zugeguckt. Alles klar. Mein Boost. Auch mein Boost. Okay! Das war zu hoch! Ja! Besser jetzt... Flieg nicht zu hoch! Nein, damit! Oh, falsches Tor. Äh, könnte ihn einer wegmachen? Bestenfalls, äh, nicht zu den Blauen. Den Blauen, ne? Ja. Der kommt doch gut in die Mitte! Oh, 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 oh! Ah, shit! Oh, oh, oh! Jawoll! Sehr gut! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Was denn? Ach, verdammt. Ach, nix! Und drin damit! Oh, schau, den Müffi jetzt sollten... Oh, oh, oh! Bin mit der? Oh, oh, der kam ein bisschen schnell! So weit geht's auch nicht. Ja, der kommt perfekt. Für dich vielleicht, Timis. Ja, das stimmt. Ach, Mann, Müffi. Ja, ne? Komisch. Das ist anstrengend. Oh, Mann, oh! Jetzt kann er spielen! Ich hab dich lieb! Bams! Warte! Oh! Verdammt! Das ist unfair! Gar nicht! Was ist hier unfair? Spielhalteam-Team! Und ihr seid immer noch zu dritt! Also, das ist noch unfair! Und ihr habt uns vorhin schon erklärt, warum wir zu dritt sind und nicht gewinnen können. Ich fahr doch gar nicht rückwärts! Ja. Schäftig gelogen! Okay, dieses Ruckeln macht echt langsam keinen Spaß mehr, ey. Nein! Oh, verdammt. Sieh ich! Okay, habt ihr gewonnen! Glück für uns, ey! Ja, gut, ey! Okay, aber für mich jetzt die letzte, letzte Runde. Rocket League. Also Rocket League, Rocket League, das ist nicht das... Ne, das ist... Hat wer von euch Hand? Ne, war? Hand-Showdown? Also, ich hab ne Hand. Ich hab's nämlich so verstanden. Hand und Fuß. Hand and shoulders, oder? Ja, genau. Möfi? Ja, gut. Ja, haben sie schon. Nein! Mann! Ich wollte gerade ankommen zum Schießen, ey! Ja, danke. So geht's auch. Ich wollte ihn passen, weil er gerade angesagt kam, aber halt, dass er ihn reinschießt. Oh, okay. Zu schön. Boah, was? Voll vorbei, ja. Gut, dass ihr ihn nicht getroffen hast. Ja. Au! Das tat eher mir weh. Nein! Nein! Der ging zu früh auf. Ach. Schöne. Schöne. Nein, ich hab hier nur nicht richtig angefasst. Timmy's Mitte. Ja, da Mitte. Ach, schon. Verdammt, Alter, mein Auto ist wie ein Flummiger wieder hoch. Los, Rainer, ja, 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 ja! Nein, 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 er ist langsam. Der war zu langsam. Hier, nochmal, Mitte, komm schon! Okay. So, jetzt, Mitte. Nein. Ja, hier, dann wird es. Ja, da sind wir hochgeschleudert. Ach. Ja. Sorry. Ich wollte höher hinaus. Oh, shit. Äh, 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 äh. Ja. Au! Alter, wer bummst mich? Ich, da hast sie vor den Ball geschlägt. Wer tut dich nicht, äh! Hab ich gar nicht! Kann ich so einfach die ganzen Bälle vor denen zu halten? Ach, ich treff hier nichts mehr. Ja. Warum nicht? Ich weiß es auch nicht. Hast du gerade eben was getroffen? Ja, einen Ball zumindest mal, ja. Ja. Eine Parade. Genau. Jawoll! Oh, Mann. Wow. Nein! Oh! Nein! Sang und klanglos. Mal Sherlock. Ha, he, 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 he. Ai caramba... Ok, zurück! Auuuuuh Uuuuh Ey! Was war das denn? Da kam jemand geflogen Hör mal ein Versuch Oh, ein kurzes Ruckeln Ok, jetzt geht's wieder Du hast den Ball vergessen Ja, ja Nicht du Trotzdem, ich hab ihn auch vergessen Du hörst mir ja irgendwann Wird dich instant angesprochen hier Verwirrung stiften Wann? Alles gibt's doch nicht! So knapp! Ja, bei Rolle Diese Sprüche sind furchtbar Warum? Puh, ich bin bereit, ich bin bereit Oh, der kommt ja auf mich zu Was ist das denn? Der greift mich an, Eva Darf er das? Es muss auf Schildkröten Wollen wir uns gehen Wo ist Juna? Wo ist jeder plötzlich hin? Ich hab hier den Ball geklaut Au! Der wird ja auch nur noch rumgeschubst Oh, die kriegt den Ball Ah, Mann, wieso störst du mich da oben? Ich hab den fast perfekt Weil ich's kann Mein Controller reagiert falsch Oh, jetzt geht's wieder Das sind deine Finger nicht Nein! Nein! Nein, er reagiert Ey, ohne Scheiße Was zum... Oh! Ich lenke schon in die andere Ich trau die Kopf Alter Irgendwas stimmt mit der Steuerung grad Voll nicht Jawoll! Alter Möffi! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Warten Schuss Ach Krieg ich ein Tor Naja Eins ist keins Doch, natürlich Eins ist immer eins Macht mein Tor nicht zunichte hier Denn man kann's auch so sehen Eins ist keins Sowas wie Ein Einzelkind ist kein Kind Oh! Oh, jetzt hab ich eine Debatte losgetreten Ein Einzelkind Also irgendwie bist du doch eins, oder? Einzelkinder, die sie verbinden, scheiß, oder? Eina Alter Timis Die können... Die können nicht teilen Alter Timis Ich hab drei Geschwister Und manche können auch nicht teilen Und jetzt? Ich wollt grad sagen Ich sag, ich kann auch nicht teilen Aber du willst ja nur wieder von dir abblinken Vielleicht Vielleicht Mitte! Danke Pinky Das war die falsche Richtung Bitte Murphy Jaaaa Oh! War doch so knapp Okay, stopp! Und nochmal! Oh scheiße! Ich mein... Oh nein! Ich hab schon mal geschossen Ging nicht rein, wurde geblopft Naja Gibt's doch nicht Aber gut Gibt's doch gar nicht Doch, bei Roller Äh, ja Der Wahnsinn des Spielens Äh, das hat mir auch gereicht bei Rocket League Feen, herzlichen Dank Ja Danke 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 Wer hat Widgets? Oh ja, das klingt gut Okay Danke 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 Danke